Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute geht es natürlich direkt weiter und zwar wollen wir heute mit den Vektoren anfangen. So, was sind eigentlich Vektoren? Vektoren sind in der Mathematik, das muss man dazu sagen, was anderes wie in C++. In der Mathematik sind Vektoren einfach, ich mach das mal hier ganz kurz so, und zwar sind das im Endeffekt solche Dinger in Klammern und dann hat man hier Zahlen drin, ja. Und dann hat man normalerweise eben auch sowas, also sowas wie, naja, 1,2, also quasi zwei Werte in einem Vektor. Das ist dann ein zweidimensionaler Vektor und der gibt uns zum Beispiel an, wo etwas in einem Koordinatensystem liegt, ja. Das kann man aber so weit spinnen, wie man möchte. Man kann hier natürlich auch zum Beispiel drei Werte reinmachen. Dann hätten wir dreidimensionales Koordinatensystem, das wird häufig in Computerspielen verwendet, meine Freunde. Denn, ja, natürlich haben wir in Computerspielen meistens drei Dimensionen und deswegen müssen wir natürlich auch eine Z-Koordinate angeben. Also ich meine, etwas kann links oder rechts von etwas sein, es kann aber auch vorne, hinten dran oder oben, unten dran sein. Das sind drei Dimensionen und die können wir hier mit einem Dreiervektor angeben. Das Problem, oder was heißt Problem, aber der Unterschied ist jetzt hier, wenn wir mit Vektoren in C++ arbeiten, sind das keine solchen Dinger. Das sind im Endeffekt eher so Sachen wie Listen. Das heißt, so etwas wie eine Liste, wie ihr sie aus vielleicht Python kennt oder so etwas ähnliches wie ein Array, nur ein bisschen geiler und ein bisschen flexibler. Das heißt, kaum mehr jemand benutzt eigentlich wirklich Arrays in C++, im modernen C++, sondern die meisten Leute benutzen eigentlich Vektoren. Und das ist eigentlich wie in Java auch. Ihr benutzt ja in Java seltenst mal wirklich Arrays, ihr benutzt wahrscheinlich eher Array-Listen. Und dementsprechend ist es auch mit Vektoren. Vektoren sind Hardcore optimiert im Inneren. Vektoren sind super effizient. Man kann sie größer machen, kleiner machen, hinten dran was hängen oder vorne dran was hängen. Intern arbeiten sie zwar mit Arrays, aber mit dynamischen Arrays. Das heißt, die werden dann dynamisch quasi größer gemacht und kleiner gemacht. Und das müsst ihr nicht übernehmen. Deswegen ist es so verdammt geil. Zudem sind Vektoren auch Templates. Also dazu werden wir noch im Detail kommen, was Templates genau sind. Und Templates sind halt mega mächtig. Denn wir brauchen hier nicht wirklich irgendwie Angst haben, dass wir nicht alle Typen reinstecken können, sondern wir können wirklich alle Typen reinstecken. So, um Templates, beziehungsweise Quatsch, nicht Templates. Um Vektoren zu verwenden, müsst ihr jetzt hier oben erstmal folgendes machen. Und zwar Hashtag, also include. Und ja, was wollen wir denn inkludieren? Achtung, es ist aus der Library. Das heißt, wir nutzen spitze Klammern. Wenn es eine Datei von uns wäre, müssten wir diese Klammern, äh, diese Anführungsstriche nutzen. Das nur mal ganz kurz als Erinnerung, haben wir schon mal geklärt. Und ja, wir importieren hier natürlich den Vektor. So, und das wir jetzt noch machen als angenehme Schreibweise. Wir sagen hier Using Namespace STD. Danach ein Semikolon natürlich. Und dann brauchen wir dieses STD hier vorne dran gar nicht mehr. Weil wir arbeiten jetzt gerade noch gar nicht mit Vektoren. Wir haben es nunmehr eingebunden. Und wenn wir Using Namespace STD haben, dann können wir quasi das STD vorne dran weglassen. Wenn ich das jetzt hier starte, dann sehen wir hier, Hello World wird genauso ausgegeben. Weil dieses STD vorne dran einfach weggelassen wird, okay? Das heißt, wenn ihr irgendwann mal kein STD seht, dann wisst ihr, okay, ihr könnt das STD Doppelpunkt Doppelpunkt weglassen. Wenn ihr aber dieses Using Namespace nicht findet, dann braucht ihr das eben. Gut, und ja, wie gesagt, Vektoren sind auch in STD drin. Das heißt, wenn wir nicht Using Namespace haben, brauchen wir STD Doppelpunkt Doppelpunkt Vektor. In unserem Fall können wir das STD weglassen. Und so ist es definitiv in meiner Ansicht deutlich lesbarer. Und darum geht es ja auch. So, und hier haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wenn wir eine spitze Klammer angeben, können wir quasi angeben, welchen Typ wir jetzt in diesen Vektor reinstecken wollen. Das muss immer derselbe Typ sein. Aber wir sagen jetzt dem Vektor, hey, pass auf, ich stecke jetzt da nur ganze Zahlen rein, also Integer. Und ja, jetzt kann ich hier quasi meinen Vektor definieren und zwar als VEG zum Beispiel. Und ja, das ist es auch schon fertig. Jetzt habe ich quasi hier einen Vektor generiert. So, wie kann ich den jetzt verwenden? Nun, Vektoren sind eigentlich relativ umgangsfreundlich. Und wenn wir hier jetzt einfach mal eine Vorschleife uns nehmen, die solltet ihr, wie gesagt, aus den bisherigen Videos kennen. Int i ist gleich 0, i kleiner 5 und i plus plus. Dann packen wir hier quasi 5 Zahlen einfach rein und sagen hier weg, Punkt. Ja, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum ich ganz gerne... Ah, und eine Sache. Sorry, das habe ich völlig vergessen für euch. Wenn euch die Schrift zu klein ist, ihr könnt natürlich hier unter Appearance, sorry, wenn ich das gerade hier so reinschmeiße, ähm, unter General könnt ihr, beziehungsweise nicht unter General, unter Font war das, ähm, könnt ihr hier die Schriftart vergrößern. Also zum Beispiel, ich glaube, ich werde sie mal für die Tutorial-Reihe auf 20 stellen, dann könnt ihr es besser lesen. Und, ähm, ja, genau, so ist es, glaube ich, besser. Es tut mir leid, dass ich das erst jetzt gemacht habe. So, wenn wir jetzt hier was einfügen wollen, dann können wir hier Pushback verwenden. Und übrigens, das ist, wie gesagt, auch noch ein geiles Feature von der, ähm, von der IDE, also von der Entwicklungsumgebung. Ihr bekommt hier direkt alles vorgeschlagen, was es so gibt. Das ist natürlich super, super angenehm. Das heißt, Pushback bedeutet, wir pushen etwas an das Ende des Vektors. Also wir hängen es quasi hinten dran. So, was wollen wir hier reinschreiben? Naja, wir wollen zum Beispiel einfach mal i reinschreiben. Und ja, jetzt, wie wäre es, wenn wir uns das einfach ausgeben? Ähm, und das mache ich jetzt mal hier. So, und ja, jetzt gucken wir mal, was für verschiedene Möglichkeiten wir haben, die Werte aus dem Vektor wieder auszulesen. Das heißt, wir sagen hier nochmal, vorint i gleich 0, i kleiner 5, ups, i plus plus. So, ähm, dazu gleich noch ein bisschen mehr, warum wir hier dieses i aktuell noch verwenden. Man kann das nämlich auch anders schreiben. Das werden wir gleich noch sehen. So, ähm, und ja, es geht noch intelligenter, als einfach nur i zu verwenden. Aber wir gucken jetzt mal ganz kurz, was hier passiert. Und, ähm, schließen das hier unten erstmal. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. So, wenn wir jetzt einfach nur ausgeben wollen, was wir hier reingespeichert haben, dann machen wir das mit cout, mit d natürlich. Nein, natürlich mit t hinten dran, cout. Ähm, und sagen hier dann, so, wie können wir jetzt auf die Werte drauf zugreifen? Naja, der Vektor besteht jetzt wie ein Array im Endeffekt aus den 5 Werten. Das heißt, wir haben jetzt hier reingesteckt 0, 1, 2, 3, ups, 3, 4. So, das sind die Werte, die wir reingesteckt haben. 5 nicht mehr, weil wir hier kleiner als 5 hatten. Und hier drin haben wir jetzt offensichtlich die Möglichkeit, drauf zuzugreifen. Wie bei einem Array im Endeffekt auch. Das heißt, hier sehen sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich wie Arrays. Sind aber, wie wir gleich sehen, werden noch ein bisschen mächtiger. Ja, und zwar, wenn wir hier das Ganze jetzt machen, weg von i, ja, weil wir hier ja auch wieder von 0 bis 5 gehen. Damit greifen wir quasi auf den i-ten Wert zu, wie bei einem Array auch. Und ja, jetzt gehen wir den einfach mal aus. So, ich hier einfach mal Start drücken und wir sehen 0, 1, 2, 3, 4 und fertig sind wir. So, und das ist relativ angenehm, muss man einfach so sagen. Aber, jetzt gibt es einen Unterschied hier. Und zwar, wir können hier noch ein kleines bisschen cooler werden. Und zwar mit einem, ja, hier vorne sagen wir einfach, wir wollen nicht den Typ angeben. Das ist jetzt auch ein neues Feature von C++, von den neueren Versionen, das ich noch im Detail erklären werde. Wir können hier einfach Auto angeben. Auto definiert uns erstmal den Typ einfach so, wie wir ihn brauchen. Wir brauchen uns nicht mehr drum kümmern. So, funktioniert im Endeffekt, im Endeffekt genau gleich, wie wir sehen. So, aber, was ich jetzt hier auch noch ändern kann, ist folgendes. Ich kann hier quasi sagen, yo, Vektor, mach du mal für mich. Also, ich muss quasi nicht mal mehr denken, wo der Vektor anfängt und wo er aufhört. Die Größe des Vektors ist mir eigentlich völlig egal. Genauso wie die Länge des Vektors, wenn ich hier einfach sage, weg, Punkt, Beginn. Ja, das ist quasi der Anfang von meinem Vektor. Und das Ende, das definiere ich jetzt hier nicht mit einem kleiner als, weil ich habe ja keinen Typ. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine Zahl ist, was ich da habe. Das heißt, ich sage hier, solange mein i nicht folgendes ist, und zwar weg, Punkt, End. Ja, solange mein i nicht das Ende hat, mache ich folgendes. Ich erhöhe i, plus plus i sagt man dann normalerweise dazu, und zwar, ja, genau ein Schritt weiter. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was der Schritt ist. Ich lasse quasi meinen Vektor das intern für mich organisieren. So, jetzt, wie wir hier sehen können, sind das keine eigentlichen Zahlen mehr, sondern eigentlich, was hier passiert, ist folgendes. Ich bekomme hier in mein i wirklich den Wert, der am Anfang vom Vektor steht, also quasi meinen ersten Wert in meinem Vektor drin. Sprich, ich baue mir hier quasi für die Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind, einen Iterator. Und hier in meinem weg, brauche ich jetzt nicht mehr mit weg von i drauf zugreifen, sondern ich habe den Wert hier schon tatsächlich in der Hand. Lasst mich das kurz illustrieren. Wir packen hier nicht i rein, sondern i mal 2, okay? Das heißt, wir haben hier jetzt in unserem Vektor die Werte 0, 2, 4, 6 und 8 drin stehen, während natürlich die Zellvariable hier ist einfach nur 0, 1, 2, 3, 4. Und das heißt, wenn wir hier auf den Vektor zugreifen, wollen wir natürlich i haben. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was eigentlich i ist. Naja, i, das wird schwierig. Denn, ja, wir sehen hier, es gibt keinen Typ namens Type. Es ist irgendwie komisch. Was genau ist denn jetzt gerade passiert? Nun, folgendes. Das hier ist nicht konkret wirklich das, was in dem Vektor drin steht, sondern es ist im Endeffekt ein Pointer auf das Element. Und dadurch wird das Ganze sehr, sehr viel effizienter, weil ich im Endeffekt nur noch mit Pointern arbeite. Sprich, ich kann jetzt auch direkt die Elemente in meinem Vektor manipulieren, weil ich ja hier einen Pointer zur Verfügung habe. Und dadurch wird das Ganze deutlich schneller. So, wenn ich das jetzt so mache, dann sehen wir, es hat sich im Endeffekt nichts geändert. Ich bekomme die Werte von meinem Vektor zurück. Und eben genau das, was drin stand. Und in i steht dann halt eben der Pointer quasi drin. So, ein paar kleine Gimmicks will ich euch auch noch kurz zeigen. Also das ist das, wie man sie normalerweise benutzt, hier die Vektoren. Wir nehmen an, wir haben einen Vektor, wir wollen durchlupen, wir wollen irgendwas mit den Elementen machen. Dann machen wir das genauso. Hier können wir Klassen reinpacken, alles Mögliche, überhaupt kein Problem. Wir können hier wirklich eigene Hunde, Katzen und sonst was reinpacken. Völlig egal. Und ja, natürlich, wir können auch so durchlupen. Das geht genauso. So, wenn ihr noch mehr Methoden haben wollt auf Vekt, dann könnt ihr hier quasi mit Vekt Punkt euch das Ganze angucken. Also, Vekt liefert euch für einen Iterator quasi auch ein gewisses Element. Aber normalerweise wollt ihr einfach durchlupen. Und ja, Empty liefert euch quasi ein Boolean, ob das Ganze wirklich leer ist. Erase macht genau das, es löscht. Ja, Insert kann ich genau an der Stelle von meinem Iterator einfügen, also da, wo ich jetzt gerade bin. Und, ähm, genau, die anderen paar werden wir gleich noch uns genauer angucken. Was genau heißt, ist vielleicht auch noch wichtig. Und Shrink to Fit ist auch noch eine Optimierungsfunktion. Das macht im Endeffekt folgendes. Vektoren sind meistens ein bisschen größer als das, was tatsächlich drin ist. Keine Sorge, wenn ihr die Elemente alle ausgebt, macht das keinen Unterschied. Aber was hier passiert, ist folgendes. Es wird im Endeffekt intern ein Array angelegt und das wird dann halt immer mal wieder erweitert. Damit das aber nicht jedes Mal, weil Arrays wie gesagt nicht erweitert werden können, ähm, damit das nicht jedes Mal von vorne wieder erweitert werden muss, also quasi ich kopiere alles in ein neues Array und mache dann eins hinten dran und dann mache ich das Ganze nochmal, wenn ich ein neues Element einfüge. Das ist unfassbar ineffizient. Und deswegen nehmen wir normalerweise eben mehr als nur ein Element zu viel. Also das ist quasi eine Optimierungsfunktion, die dann einfach die internen Arrays einfach so zusammenpasst, dass es einigermaßen hinkommt. So, jetzt allerdings noch kurz zwei Methoden, beziehungsweise eigentlich sind es sechs Methoden, die ich euch kurz zeigen will. Es ist nichts Großes. Und zwar einmal kann ich folgendes machen. Ich kann hier C begin und C end machen. Dann kann ich zwar alles lesen, also meine Werte intern kann ich immer noch genauso lesen wie davor, aber ich kann sie jetzt nicht mehr verändern. Das heißt, das hier sind jetzt Konstanten. Ich lese quasi meine Is, meine Werte in meinem Vektor als Konstante und dadurch kann ich nicht aus Versehen irgendwas verändern. Das ist hilfreich, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Methoden hier aufruft, von denen ihr nicht genau wisst, was die tun. Ihr wollt aber auch auf jeden Fall sicher gehen, dass eure Werte nicht verändert werden in eurem Vektor. Dann benutzt ihr Konstanten, also C begin und C end. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist das Ganze rückwärts zu machen. Das ist dann R begin und R end, beziehungsweise R end. Und ja, jetzt nicht an League of Legends denken, da gibt es auch ein R end. Aber ja, genau, also wir sehen quasi einfach rückwärts. Das ist Reverse. Und dann gibt es natürlich noch den Mix aus beiden, Reverse und Konstante. Das ist CR begin und CR end. Und ja, da bekommen wir natürlich alles als Konstante, aber von hinten nach vorne. Also nicht wirklich jetzt so groß besonders, aber merkt euch am besten einfach Begin und End und dann könnt ihr euch den Rest eigentlich herleiten. C steht für Konstante, R steht für Reverse, also von hinten nach vorne. Gut, das war es von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.